ARD Text im Auftrag von Funk Wir haben hier einen seriösen Job zu erledigen, die ist nicht Warte mal, was ist denn? Ich dachte ja, die konnte lutschen Wir haben hier ein seriöses Geschäft zu erledigen Wir haben hier einen seriösen Job zu erledigen So, ich weiß nicht, wenn du mir zu bist Das ist ja sehr, sehr nervös Ich kann mal telefonieren Und als Maurer oder? Was hat er? Scheiße, Alter! Warte mal, lass auf, lass auf, lass auf Was haben Sie denn bislang so gemacht? Das mache ich eigentlich schon Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt los hinter die Mache Und pampe schon den Gang auf mich Ehrlicher Was? Gleich ins Eck nochmal Geht dir das doch auf? Ja, geht nicht, Alter, das ist quasi wie das tut im Bauch Fahr da vorne rechts ran Fahr da vorne rechts ran, Mann Ich hab gesagt, fahr rechts ran! Ich hab gesagt, fahr rechts ran! Fahr rechts ran! Fahr rechts ran! Du bist ja keck! Beruhst dich mal, bitte wieder mal! Ja! Nein! Ah und vor gente No, was ist? Beweg dich! Vom Dummenrumm guckten wir da kein Braten draus Weiß weiß! Entschuldigung! Nicht angenommen! Summer! Na ja, zumindest Maurer ist total begeistert Und meint, wir müssen unsere Taschen unbedingt Auf der Summer kitchen Schppt Ich hab gesagt, hör auf, mich zu produzieren, äh, provozieren, sag's dir doch nochmal. Mit den Häuschen und mit den Gärten davor, ist eigentlich ganz schick. Schon mal da gewesen? Jaaaa! Ja, haltet die Strasse jetzt, Beine! Schon mal da gewesen? Jaaaa! Wolltest du sagen? Oh, die 12-Jährige! Jaaaa! Schon dreimal! Mann, halt an! Kannst du kurz mal Bier halten, bitte? Oh, hier stimmt das, Alter! Boah! Das war ich, ne? Da müssen wir Ruhe wenden, oder? Okay. Oh oh! Renn einfach los, ja? Ja? Okay? Alles klar. Dann müssen wir zur Polizei. Wenn meine Mutter anruft, ja? Jaaaa! Welcher ist es? Der Porsche-Fahrer! Der Porsche-Fahrer! Der Porsche-Fahrer! Der Porsche-Fahrer! Porsche-Fahrer! Der Porsche-Fahrer! Der Porsche-Fahrer! Was? Wer, bitte? Danke nochmal! Sieh zu, Alter! Was denn jetzt, Alter? Das Zeug nichts wert, oder was? Sag mal, wo soll ich dich schubsen? Hier, oder was? Hier! Lange, hier ist ein Abo. Was ist los, Alter? Warte, ich geb ihn dir! Lange ist Til Tiger. Nee, nee, du, nicht der Til Schweiger. Hier ist der Til! Von heute Morgen nur! Warte mal, ganz kurz, ich hab da noch was im Auge. Geht schon, geht schon. Ja, warte mal. Ja. Ja, warte doch mal. Bitte. Ich weiß schon nicht, warum er grinst. Wie, du willst mich hier zurücklassen? Ich geh da nicht rein. Ich geh da rein, nicht nochmal. Till. Was ist? Ich geh da rein, nicht nochmal. Ich geh da rein, nicht nochmal. Auf Anfang bitte, Ruhe bitte. Yoda-Deutsch oder was? Das ist doch richtig. Ich geh da nicht rein, nicht nochmal. Was hab ich denn gesagt? Ich geh da rein. Ich geh da rein. Ich geh da rein. Ich geh da rein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017